Hallöchen und willkommen zurück bei GTA Online und der BMX Flugstunde mit dem Sarraza, dem Moafuyu und dem Tobinator natürlich. Hallöchen! Und dem Benni, der gerade anmoderiert hat, leider mit einem kleinen TS-Schaden. Und natürlich auch wieder, ist Florentine von Schlitz, unsere Sekretärin eigentlich noch da? Ja! Klar! Ja, wieder auch noch, wir machen heute Hardcore-Twitter-Runde, SlayMassive-Hashtag war's. Und wir haben echt jetzt ein paar Folgen angehört. Die Beschreibung dieses Jobs, lustig. Flatsch! Flatsch, ja, BMX Flugstunde vom guten Currywurst. Der hat die Karte gemacht, zu viert spielen wir das Ganze und legen mal los, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet dabei. Und ganz kurz, ganz kurz, der FC ist aufgestiegen. Der FC ist aufgestiegen, im Neusenius, wisst ihr natürlich alle schon längst. Aber endlich wieder fünfte Liga mit dem FC, ey, geil. Weil es nach Frankfurt weggebäscht wird diesmal. Erstmal warten, ob Frankfurt überhaupt noch der Ersten dann ist. Nein, Tobi, sag sowas doch nicht. So, ich wäre bereit zu spielen. Oh, ich habe übrigens eine Nachricht vom Mach-Mach bekommen. Verteilt ihr öfter mal Komplimente? Kommt gerade die Frage rein, interessanterweise, bei Sarah Zahru. Ja, das mache ich eigentlich ganz gerne zwischendurch, doch. Frag die Anna, ne? Die Anna hat das gesagt. Genau, die Anna hat das gesagt. Also nicht der, sondern die Anna. Die Alex von den Super-Homus, mal ganz kurz begrüßen. Trag dir gerne. Anna ist so eine lustige Truppe, die Super-Homus. Hast du gerade Super-Homus? Ja, kennt ihr die nicht? Ja, ich kenne die nicht. Ich auch nicht. Das ist eine größere Truppe. Ne, ne, ne. Die sind echt cool. Die sind echt cool. Super-Homus. Trag dir gerne eine Mütze, hat die gefragt. Tobi, tschüss, ne? Ach ja, ihr musst mal ja strampeln. Habt ihr auch einfach Gas gegeben? Ihr Tobi ist vorgerollt. Oh, Alter. Was ist das jetzt hier? Das ist eigentlich eine Karte von Kette, was. Die Meistflugstunde mit dem BMX. Wahrscheinlich müssen wir gleich hier den Berg runterdüsen oder so. Alter, hast du gesehen? Ich muss den Glitch ausnutzen. Ja, ihr müsst den Glitch, glaube ich, ausnutzen oben vorne. Ah, wie mache ich das denn? Hier wollte ich gerade sagen, das weiß ich gar nicht, wie das geht. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also bei uns hat es ja nicht funktioniert. Das hat ja nur beim Benni... Wie lief man uns hier den Kopf? Alter, Benni, du Brutalo. Mach den Weg frei. Volks- und Weifeisenbank. Nein! Dennis, wohin? Waller. Alter. Nein! Nein! Alter, wir machen hier ein paar Absprünge. Nicht durch Zielfahren, nicht durch Zielfahren. Das ist, glaube ich, das Ziel. Hier ein paar Absprünge machen zu können. Einfach. Hier runter. Hier runter. Nicht durch Zielfahren. Ja! Salto, Alter. Mega! Muss dabei springen. Warte mal. Alter, zieht mal einfach den Knüppel zurück, Jungs. Zieht mal euren Knüppel zurück. Den habe ich vorhin schon zurückgezogen. Also Titan geflogen bist. Ach, du heimlichen. Oh, Tobi. Der war gut, Tobi. Danke für das nette Kumpelbett. Yeah. Alter, diese Dreher sind ja obergeil. Aber der Glitch ist echt schwer zu erwischen, ey. Ich lebe bestell ich ja schon, ja. Was habt ihr heute Abend gegessen, soll ich mal zwischendurch fragen? Noch gar nichts. Was? Du hast noch gar nichts gegessen? Boah. Ey, lasst uns mal einen Synchronsprung machen, Jungs. Kurz. Ja. Okay, warte. Das wäre doch mal was Nettes, oder? Okay, warte, warte. Müssen wir uns alle nebeneinander stellen. Oh, Dennis, du bist in mir. Wo noch mal Zeit, ey. Da muss man noch ein bisschen zurückrollen, Herr Benni. Auch ein schönes Foto gerade mal hier, wie die auch blinken hier. Ah, ja, muss ich auch noch mal. Warte mal. Alter, warum blinkt der so? Der Sarraza und der Pille sind Disco-Version. Ja. Okay, drei, zwei, eins, los. Oh, Kildstart. Na ja. Egal. Yeah. Ja. Ey, und jetzt probieren wir da lebend unten anzukommen, oder? Was haltet ihr davon? Und dann den Berg runter einmal? Obwohl, das ist ja sinnlos. Das brauchen wir ja nicht mehr oben. Nee, das ist doch doof. Eigentlich sollten wir sterben. Okay, probieren wir halt. Ich bin schon tot. Oh, Alter. Aber war geil. Super Jump Style. Hier, let's bring it here online. Woohoo. Der Jens Brückel fragt, eigentlich mit der Puddingwette aussieht. Ach, der Wackelpudding. Ja, das wird bald noch gemacht, hoffentlich. Hoffentlich noch vor unserer Reise, die ja bald ansteht. Aber wir werden das, dann machen wir es danach. Also, lasst euch überraschen. Aber das Problem ist, das Problem ist, ich habe es geschafft. Oh, ich habe kurz überlebt, Leute. Ich bin aufgekommen. Und ich bin gefahren, aber da gegen eine Wand geprasselt. Oh, verdammt. Hattet ihr schon mal starke Schmerzen in eurem Hintern? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Das hat es auf jeden Fall. Ich habe es geschafft. Alter, ich bin runtergekommen, ohne zu sterben. Wie hast du das gemacht? Jetzt habe ich mich umgebracht. Habt ihr zurzeit ein Lieblingslied von Nina? Carry on von Punkt Fun, oder wie die Gruppe heißt. Oder Fun, einfach nur Fun. Boah, ich habe viele Lieblingsnader. Natürlich Fifty Walle. Take you to the Walle Shop. JV, take me to the Walle Shop. Pilot, der hat ja auch ein neues Album jetzt am rausjagen. Der hat jetzt ja Fifty Cent. Ist ja ein sehr umstrittener Rapper. Sehr umstrittener Rapper. Und an dieser Stelle 50 Pfennig. Ach so, ja. 50 Pfennig. Aber ich finde, er hat geile Beats. Das muss man ihm einfach lassen, so. Ich finde den jetzt auch nicht so lustig. Und er ist auch ein krasser, krasser Geschäftsmann. Fifty Cent ist echt der Hammer. Ich habe es schon wieder geschafft. Alter, du kannst hier voll den... Boah, ich bin schon wieder tot. Was war die sinnloseste Erfindung der Menschheit? Justin Bieber. Na, das kann man auch noch nicht sagen. Nein, das war ein Spaß. Nein, das war ein Spaß. Also da werden ja jetzt Tausende von Mädchen nicht hassen, Tobi, für die Aussagen. Nein, nein, werden sie nicht hassen. Tausende von Jungs werden dich lieben. Ich finde, der hat es halt einfach gut gemacht, ne? Ja, das wäre ein kleines Burschchen. Ey, ich habe mir ohne Scheiß sogar diesen Justin Bieber-Film mal reingezogen. Wobei ich sagen muss, auf seine Fans rotzen, finde ich halt dann auch wieder nicht so geil. Nee, nee, und der ist jetzt ein bisschen übergeschnappt. So, muss ich halt auch sagen, ne? Okay, was machen wir für Stunts? Lassen wir noch ein bisschen hier richtig coole Stunts machen, Jungs, zusammen. Oder? Ja! Wartet doch nochmal oben. Ja, der Blick ist hier schwer. Ich habe das Gefühl, das ist nicht steil genug. Bitte, was? Dann muss der Curry mal erklären. Ja, aber es geht ja, aber ich dachte, es geht noch. Boah, hast du gesehen, Tobi? Ich glaube, man muss mehr Anlauf nehmen einfach. Ich nehme jetzt mal mega Anlauf. Und dann direkt an diesem einen Brett, das da so, also in dieser Fahne da direkt vorbei und dann hochziehen. Ah, okay. Meinst du, dass man so fliegt wieder? Ja, ja, genau. Wir haben das auch schon mal gespielt bei der anderen GTA-Reihe. Da muss man mit viel Anlauf an der Fahne vorbei und dann irgendwie, ich habe es aber auch nicht geschafft, man muss halt irgendwie genau richtig hochziehen. Ich habe das halt an einer anderen Stelle gemacht. Alter, yeah! Das war mega geil gerade. Wir müssen in die Mitte jumpen und dann könnt ihr das überleben. Dann könnt ihr da richtig cool runterfahren. Nee, du sollst ja eigentlich fliegen mit dem Ding. Nee, aber auch da runterfahren ist ganz nice. Du musst halt dich ziemlich weit links halten. Ach, schade. Das sieht super geil aus. Machst du noch ein Salto rein und dann fährst du unten weiter, Alter, wenn du das könntest. Würdet ihr euch so eine Toilette kaufen, die euch Wasser in den Arsch spritzt? Ja, ich weiß, was sie meint. Ist das ein BD oder nicht? Ist das nicht ein BD? Naja, das ist ja ein eigenes BD, ist ja nur zum Wischen. Es gibt ja so Toiletten, kennst du ja aus Taiwan, vielleicht aus Super-Humis, hatten wir das auch mal gepostet, die Toilette. Ja, ja. Und das war wirklich sehr, sehr krass. Du konntest sogar Hitze einstellen und so für die Klobrille und alles. Du hast ja den Poppes, hat die wirklich trocken gepostet wieder und alles. Voll freaky. Ist in Taiwan und in Japan halt scheinbar wirklich ganz normale Sache. Ich würde es mir jetzt direkt nicht kaufen, ehrlich gesagt. Nee, weil er es schon hat. Tim Rösch fragt. Genau, natürlich. Tim Rösch fragt. Gibt es dieses Jahr wieder LPTXXL? Ich denke schon, aber das ist noch nicht ganz sicher. Aber da werdet ihr natürlich als Erste darüber informiert, wenn es soweit sein sollte. So, ähm... Gibt es gern, ich fragt. Spider-Man oder Batman? Batman. Ah, nee, nee. Ist schwer zu sagen, weil Spider-Man ist in der Hinsicht der Coole, weil er eben der Superheld ist mit so Superkräften. Aber Batman ist ja eigentlich gar kein Superheld. Er ist ja eigentlich nur jemand reiches, der sich so einen Anzug machen lassen hat. Trotzdem. Batman. Ja, wie sieht es denn bei der Community auf? Batman oder Spider-Man? Oder was ist euer Lieblings-Superheld? Auch mal eine interessante Frage. Was wäre denn euer? Was ist denn dein Lieblings-Superheld, Sarazahn? Uh, ich finde Batman mega cool. Von dem habe ich ja tatsächlich auch die Games gespielt. Ähm... Mit Begeisterung habe ich gehört. Ja, also ich muss sagen, der dritte Teil war nicht mehr so geil. Der hat mich teilweise genervt. Aber die ersten beiden waren Hammer. Die ersten beiden waren echt Hammer. Der war sehr repetitiv. Weil das trotzdem immer noch gute Spiele sind. Ja, immer noch. Also wenn man jetzt nur mit Teil 3 einsteigt, ist das immer noch ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ja, absolut. Also da ohne Frage, Hut ab. Und auch die Optik von den neuen Spielen, von dem, was jetzt da rauskommt, alter Schwede, habe ich auch mal nicht schlecht geguckt. Das sieht echt krass aus. Ja, das stimmt. Also kommt... Aber Batman wäre schon... Ja, und... Was? Was meinst du? Ich habe dich nicht verstanden gerade. Zielfahren mal. Und dann können wir neue Missionen... Eine neue Mission machen. Weil wir jetzt die ganze Zeit mit dem Fahrrad da runterspringen. Ich sage auch, irgendwann... Äh... Das klappt ja auch leider. Boah! Nee, warte mal, Benni. Warte mal ganz kurz. Ey, lasst uns doch einmal kurz eine Challenge machen. Von Start weg. Und wer am meisten kommt, der hat dieses Rennen gewonnen. Wie ihr als erster ins Ziel fahren wolltet und es nicht geschafft habt. Ja. Ihr Scheißmixer, Alter. Ach so. Wie der Dennis schon wieder mit unkocheren Mitteln an. Ja, aber echt. Oh, ich habe es auch nicht geschafft. Ich bin voll zur Seite. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Nein, ich habe... Doch, ich habe gewonnen. Nein, Tobi, du fliegst bei mir gerade den Berg runter. Nee, ich habe es geschafft. Aber dann fahre ich hier noch ein paar Jumps. Ich habe auch noch einen Jump gemacht. Alter, vielleicht kann man hier auf dem Felsen... Alter, wie nice. Richtig geil. Boah. Guck mal, jetzt super cross hier. Was würdet ihr machen, wenn ihr für einen Tag eine Frau sein könntet? Boah. Hm, schwierige Frage. Jetzt würden natürlich viele Sachen bumsen. Wie du was? Ja, das würden viele sagen. Mit Sicherheit. Nie, ohne Ahnung. Ich meine, das ist ja die Frage, die alle interessiert. Wie ist es bei dem anderen? Oder sich selbst befummeln, ne? Den ganzen Tag. Kurze Tropfen von Benni von der Seite. Benni, ne? Der haut immer... In allen Augen, wir müssen immer ein Spruch raus. Wobei er ja recht hat, ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich. Auch die Frage an der Community. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr einen Tag ein anderes Geschlecht hättet? Ja, da hätte ich direkt eine passende Frage. Was war das Ekelhafteste, das ihr jemals im Mund hattet? Und sagt nicht, ihr werdet hingefallen oder so. Fragt drei, ne? Die Elli. Ich glaube, das waren bei mir die Baby-Aus dann da, die ich mal essen musste in diesem Taipei 101 Tower da in Taiwan. Bei mir war es tatsächlich Oktopus. Aber das geht ja noch. Boah, nee. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich einen Oktopussi bekommen? Ja. Einen Oktopussi hatte ich im Mund, ja. Dass man sowas lachen kann, Alter. Wir sind halt verkackte Kinder, ey. Dennis? Wuff. Boah, ich habe gerade getrunken, Tobi. Dennis, was denn bei dir? Was hast du denn als Ekeligstes im Mund genommen? Ganz ehrliche Antwort. Aber nicht mit der Firma, meinst du? Ja, nicht jetzt Rumpel und du, sondern ich weiß ja nicht, wie der Schrumpel aussieht. Rumpel, Schrumpel hatte mir doch zu viele Haare. Deswegen, nee, warte mal, weiß ich nicht. Ich habe schon vieles gegessen, wo ich jetzt sage, mir fällt nichts ein. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich mag ja zum Beispiel, was ich gar nicht mag. Nee. Jetzt schieß los, Alter. Mir fällt nichts ein. Was? Äh, 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 äh. Du isst alles. Okay, er isst alles. Und Benni, du? Das Ekelhafteste. Ja. Gib mal bitte alle eine tödliche Mischung. Zum Abschluss so etwas richtig Schlimmes hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Also so, so glitschige Schnecken und so sind nicht mein Fall. Ja, Schnecken sind auch nicht mein Fall. Was ich auch eklig finde, ist so Leber oder sowas. Uah. Ja, da kann man mich auch mit jagen. Ja, da kann man mich echt mit jagen auch. Weißt du, was ist, ähm, ich weiß nicht, wo es ist, das gibt in einem Land, das ist da so eine... Ich mach mal fünf Minuten. Ja, das ist so eine, äh, wie sagt man, eine Delikatesse bei denen. Und zwar setzen die einen Affen... Ja, hör auf, hör auf. Nee, das kann man immer kurz, das können ja ruhig viele wissen, weil dann kann man ja umso mehr davor gehen. Es gibt, ähm, so Restaurants, da sitzen dann Affen, die sind eingeklemmt unterm Tisch und du sitzt da drumherum und du schneidest ihnen dann die Gehirn, die Kopfschmerzen auf. Indiana Jones lässt grüßen. Und ist das Gehirn, während der Affe lebt, das ist eine Delikatesse, ich weiß nicht, in dem Land. Ja, in China, glaube ich, war das so. Und es gibt ja auch diese lebenden Frösche, die die dann essen noch und so. Und lebende Schlangen und so. Ja, nee, das ist halt echt schon zu krass. Also ein lebendes Tier essen, finde ich ja, das finde ich auch schon teilweise bei Dschungelcamp echt fragwürdig so. Ja, würde ich auch. Oh, interessante Frage von Elli gerade. Three, äh, Elli, also mit der drei vorne ist eh. Was war der schlimmste Geruch, den ihr je gerochen habt? Passt ja auch gerade dazu. Boah, ich glaube, das war Verwesung. Den habe ich mal nachgestellt im... Boah, das ist auch, Verwesung ist mies. Oder so richtig alter Müll. Was war denn bei dir verwest? Ich war mal in England, da war ich in den Canterbury Tales und habe mir so Verwesungsgeruch nachgestellt. Das war schon verdammt mies. Ja. Ey, cool, wir sind in einem Team, Jungs. Ich habe mal, ähm, ich habe mal, ähm, eigentlich, ich habe mal, ähm, also ich habe ja Meerschweinchen, wie ich ja gesagt habe, schon mal mit einem Minigun, Alter. Ich habe ja Meerschweinchen, da musst du die Meerschweinchen ja auch irgendwo abholen. Und dann, äh, ist ja so ein paar Züchter, wenn du dann in den Raum reinkommst, ne? Das riecht widerlich, oder was? Du kannst nicht, also du kriegst keine Luft praktisch. Oh, das ist aber ein Scheißzüchter dann aber auch, oder? Als ob dir jemand die, die, die Kehle zuschnürt einfach. Das ist so, so ein schickiger Geruch, das kann ich gar nicht erklären. Aber, ähm, hä, ist schon krass eigentlich. So, jetzt mit der Minigun hier. Ja, es geht richtig ab. Boah! Nein! Die kommen von links. Oh! Alter, die Minigun werde ich ja ganz schwach mit, äh. Muss man mehr aimen, ne? Muss man selber aimen. Ja. Muss kein Auto aimen, oder? Und am besten immer so ein bisschen auf RT drücken gleich, damit ich immer andrehe schon vorher. Was freut ihr euch in diesem Jahr am meisten? Oh, den haben wir aber zu sieben, Tobi. Alter, da kommt noch einer. Hm, weiß ich nicht. Was steht dieses Jahr denn noch an? Ah, nein! Jetzt hätte ich gerade gewonnen. Scheiße. Ich habe ihn genatzt. Ach, fuck. Boah, dieses Jahr am meisten sagen kann ich noch gar nicht sagen. Wollte ich mich da am meisten freuen. Steht noch einiges an. Ja, genau. Da steht echt noch einiges an. Es kommt immer irgendwas, was... Alter, das gibt's nicht. Ich rette den nicht, ey. Shit. Alter, ich habe... Gibt's echt nicht. Ja, wo ist denn der? Äh? Wäh? Welche Nagellackfarbe mögt ihr bei Mädchen? Laura Wendland. Oh, das sollte eher zum Outfit passen, oder? Genau. Ja, ist eigentlich... Ist das... Ja, eben. Das kann man so gar nicht pauschalisieren, finde ich. Oh, der hat eine goldene Minigun. Das sollte man das mal echt einmal... Damit ich... Komm, ich konzentriere mich jetzt mal gerade ein bisschen aufs Spiel. Ihr dürft jetzt gerne Fragen beantworten. Aber ich muss jetzt echt einmal mich mal konzentrieren. Das kann ich angehen so. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass manche Auto-Aim haben, aber ich nicht. Ey, Alter. Ich bin gerade am Spawnpunkt niedergemächtelt worden. Boah, ich bin ganz schön schlecht gerade. Ja, ich auch. Alter! Überhaupt in dieser Zwischen. Noda Rider, was geht mit den Jungs? Scheiße, jetzt habe ich keine Muni mehr. Die Minigun, ich wollte gerade sagen. Der Eichel, wo ist immer Eichel? Alter, der Minigun ist weg. Da hat einer ein Feuerwehrauto. Kommt echt ein Feuerwehrauto an. Jetzt mal eine Ansage. Bamm! Boah. Ich war unter Wasser, Alter. Was ist denn da hochgegangen? Nix, nix. Wer ist von euch der mit dem roten Pulli? Äh, ich vielleicht? Ich habe eine blaue Jacke drüber. Nein, nein, nein! Oh! Ja, das bist du. Wo war er? Rote Hose. Du bist sehr auffällig, Benni. Ja, das stimmt. Nicht gut getarnt hier. Alter, Alter! Wir müssen mal so in einer Reihe laufen. Okay, dann ist er ein mit der Minigun. Wird ein bisschen strategischer vorgehen. Shit, keine Muni. Es gibt so viele Oda-Fragen. Star Wars oder Star Trek? DC oder Marvel? Fuck. Hat er mal ganz gute Cates gemacht. Ich bin auch Star Wars, aber die neueren Star Trek Filme finde ich auch cool. Ja, die neuen Star Trek Filme finde ich auch ganz leid. Aber Star Wars, ganz klar. Ja. Hat schon mehr Stil irgendwie. Ja. Der gute Charme. Ja, ich mag halt nicht diese... Ah, ist halt Actionhaltiger irgendwie auch, ne? Muss man ganz klar feststellen. Und auch epischer irgendwie, mit diesen Jedi-Rittern und... Ja, und ich fand eigentlich auch immer die dunkle Seite der Macht cooler, muss ich gestehen. Wenn man das gar nicht in der Öffentlichkeit sagen darf. Aber die haben einfach die coolere Rüstung. Ja, das stimmt. Luke, ich bin dein Vater. Ja? Wusste ich gar nicht. Bist du der Vater vom Luke? Ja. Was? Ich muss auch mal ein paar Waffen einsetzen. Oh, wir haben verloren. Wir haben verloren, leider. Sorry, es lag auch an mir. Ich war am Anfang echt ein Opfer. Perverse-Fans. Perverse-Fans? Was heißt perverse-Fans? Weiß ich nicht. Ja, das ist eine Frage, die... Ja. Hast ja eine tolle Frage rausgesucht. Dennis! Nein, weißt du was? Weißt du was? Fick dich. Bitte was? Bitte was? Fick dich selber. Wir haben verloren, yay. Ja, wir machen dann mal wieder eine Folgen-Postin hier, oder? Genau. Zwei coole Sachen jetzt hier und in der nächsten Folge geht's dann weiter, vielleicht mit ein paar Twitter-Fragen noch. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die zeichnen, die Fragen beantworten, die diskutieren, die auf Twitter dann Fragen gestellt haben. Ihr seid die beste Community überhaupt und vielen Dank und tut mir leid, falls ich wieder genervt hab. Tschüss! 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 Tschau! Ja, liebe Freunde, wieder eine kleine Twitter-Runde mit vielen Fragen, aber natürlich auch ein paar interessanten Gameplays, muss ich sagen, waren eigentlich lustige Maps und wir werden dann mal schauen, was wir in der nächsten Episode so veranstalten. Wahrscheinlich dann auch wieder mit Twitter und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Witschauen, bis dahin! Die Otabu, Die Otabu, Die Otabu, Die Otabu, Die Otabu.